Servus meine Freunde und herzlich Willkommen zu dem Endlich FAQ Video Endlich FAQ? Ja Endlich zu dem Hashtag Frag den Reapers Video Auf jeden Fall fangen wir direkt mit der ersten Frage an Und die lautet hier von... Hallo Julia ist auch dabei CrashUpLP fragt also CrashUp nur CrashUp aber eh hieß es halt früher CrashUpLP Kenn ich noch aus den früheren Kommentaren und so kenn ich allgemein Und zwar Hashtag Frag den Reapers Wie genau habt du und Julia euch kennengelernt? Das ist die erste Frage War es lieber auf den ersten Blick? Bin voll happy dass du wieder Videos machst Ja cool dass du das cool findest dass ich wieder Videos Cool das ist okay Ja okay willst du die erste Frage beantworten? Genau ich wollte nämlich nochmal Boah das sieht so geil aus ne Ich brauche irgendwie nochmal Genau Ich brauche... warte ich habe meine Handyhülle irgendwo liegen gelassen Aia Die nächste Frage kommt von JJZockt Hashtag Frag den Reapers was sind deine Pläne für die Zukunft? 30 Jahre vergangen YouTube Kanal läuft immer noch Mal schauen was der Reapers so macht Die nächste Frage kommt von BX Und er fragt Hashtag Frag den Reapers Würdest du lieber 5000 Euro bekommen oder ein Handy mit 500% Akku? Na? Na? Ich habe eine Frage Du hast eine Frage Würdest du lieber ein Handy mit 500% Akku nehmen oder 5000 Euro? Ist doch ganz leicht beantwortet Das sind 200% ja? Ja Dann... Das ist doch sowieso genug Das ist doch sowieso genug Von daher ist doch geantwortet Gar nichts Die nächste Frage kommt von FunGermanTV Und er fragt Hashtag Frag den Reapers welche Beziehungen führen wir dann also dann wir eigentlich jetzt? Halt dein Maul Halt einfach dein Maul So die nächste Frage kommt von Flo Gamer und er fragt Hashtag Frag den Reapers Hast du sie schon gebummt? Ja Die nächste Frage kommt von Alpocop007 Ist wahrscheinlich ein richtiger James Bond Hast du noch irgendwelche Projekte in Zukunft vor? Und kommt noch ein 1K Abo Special? Ja das 1K Abo Special ist ja jetzt gekommen Ich habe mich halt gezeigt so und habe halt noch sie dazu so getan Als so 1300 Abonnenten Special So damit das nochmal ein bisschen so als Dankeschön so an euch so Ja geht so Ja das ist halt wertvoll Und ja Projekte ich weiß nicht ohne PC kann ich im Moment so gar nichts machen Außer halt jetzt mache ich so ein paar Real Life Videos Mach keine Ahnung irgendwie ein paar coole Videos So Real Life Vlogs irgendwie jetzt erstmal die nächsten 2 Wochen Und ja das sind so die nächsten Sachen die in Planung sind Die nächste Frage kommt von JustInfinity Hashtag Frag den Reapers bin ich im Video? JustInfinity du wolltest doch ins Video? Wo bist du denn? Wo bist du denn? JustInfinity Hä? Hä wo ist der? Der ist hier nicht Siehst du den nicht? Nein Ich find den nicht Der wollte doch ins Video Ja der wollte ins Video Das hat er mir sogar in die Kommentare geschrieben Wo ist der denn? Ich weiß es nicht Ich find den nicht Ist der vielleicht am Fernseher? Nein Da sind nur Kabel Hä? Hä? Oh Hallo JustInfinity Der ist nicht da Wo ist denn? Ist der da? Ich weiß es nicht Nein Egal Lass mal gehen Was? Lass mal gehen Okay Yeah So Gut da sind wir auch schon wieder Und die nächste Frage kommt von TRXLR Ist wahrscheinlich ein XLR Kabel Dash Hashtag Frag den Reapers Wie lange seid ihr schon zusammen? Was? Vier Monate Vier Monate Vielen Dank Die nächste Frage Von Ask 099 Unterstrich Hashtag Frag den Lüge was Wie lange ist dein Schwanz? Achso By the way Ich hab auch hier übrigens Twitter Duka ich hab mal ne Frage Ja Wie lange ist dein Schwanz? Ich hab auch schon Linear mitgebracht Dass wir das abmessen können Also Achso Ja Warte mal aber das sind nur Das sind 14 cm Ich glaub damit kommst du nicht hin Das war's auch schon mit dem Video Und Ja Lasst auf jeden Fall ne positive Bewertung Dann wenn es euch gefallen hat Und schreibt noch mal Paar Kommentare Vielleicht für ne nächste Folge Hashtag Frag den Reapers Und gebt auf jeden Fall ne positive Bewertung Wenn ihr mit Ihr nochmal irgendwie mehr Videos wollt Und übrigens jetzt auf Twitter könnt ihr gerne mal auschecken Geh weißt du? Add by Julia mit Doppel A Genau Pack dich mal ganz oben unten in die Videobeschreibung Auf jeden Fall mal auschecken Ganz so Und mal Followern Dann könnt ihr ihr auch schreiben Oder so und ihr Fragen stellen Oder so wenn ihr Kann auch Irgendwie nicht an mich machen Bis zum nächsten Mal und Ciao Ciao